Bevor wir jetzt irgendwas machen, nehmen wir uns einen ganz kurzen Moment, atmen tief ein, halten drei Sekunden und atmen tief aus. Es ist tatsächlich wieder soweit. Es ist Majora's Mask Zeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid, trotz dass es jetzt wirklich so lange nicht mehr kam. Und ich muss euch gleich von vornherein sagen, wir haben leider nicht alles. Aber das wird am Ende, das wird in dem Zusatzpart noch alles wieder aufgearbeitet. Ich habe aber dafür Krabbelminen 30 Stück. Die werden uns hier noch sehr weiterhelfen. Ich bin einfach so unfassbar froh, dass ich endlich wieder aufnehmen kann. Es tut mir so unfassbar leid. Und ich weiß, ich habe es schon so oft gesagt, dass das Wort mittlerweile wahrscheinlich sogar seinen Wert verloren hat, würde ich sagen. Aber, naja, ich kann es halt immer nur wiederholen. Es tut mir halt wirklich leid. Aber gut, nichtsdestotrotz begrüße ich recht herzlich alle neun Abonnenten, alle drei, die dazugekommen sind. Der eine ist schon ein wenig länger. Habe ich gar nicht begrüßt, fällt mir gerade auf. Mache ich jetzt. Und heute die anderen beiden. Der eine, der hat seine Abos auf Privat. Heißt, ich kann auch nicht sehen, ob er mich, also wer mich abonniert hat. Und der andere, da kann ich euch den Namen sogar sagen. Euch vor allem. Jawohl. Äh, nee, kann ich nicht. Oder? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Äh, doch, warte, ich will spielen. Ich wollte nur eben ganz kurz den Namen rausfinden, Mann. Huch, das, äh, Moment, da haben wir es. Äh, war sogar schon gestern, wo er abonniert hat, aber ich habe es erst heute gesehen. Fisherman's Second Friend. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle Spaß auf dem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Und auch wenn es momentan halt wirklich nicht danach aussieht, aber ich lade aktiv hoch. Ich versuche immer, dass täglich drei Parts kommen. Das hat jetzt momentan nicht so ganz hingehauen, aber wie gesagt, da hat mit der Emulator dann doch leider einen recht dicken Strich durch die Rechnung gemacht, muss ich dazu sagen. Das wird so, denke ich mal, in der Form nicht nochmal passieren. Aber die Rechtfertigung dazu habt ihr ja schon in Earthbond gehört. Ach, ich glaube es einfach auch selber nicht, dass ich jetzt wieder am Aufnehmen bin. Und zwar gerade mit George's Mask. Das ist so surreal, wenn ich das mal so sagen darf. Aber schön. Richtig schön. So, dann einmal eben ganz kurz verwandeln und diesen geilen Parcours hier machen. Mit dem Herzheil selbstverständlich. Ich habe jetzt natürlich auch dieses Deku-Labyrinth nicht gemacht. Weil ich wollte einfach unbedingt wieder aufnehmen. Es ging nicht anders. Und das mache ich dann einfach offscreen. Das passt dann schon. Aber ich konnte nicht länger warten. Es ging einfach nicht. Ich wollte auch nicht. Ach, ich dolly. Ja komm, beweg dich, Dickerchen. Ja, wie gesagt, wenn euch das immer zu blöd ist, euch hier zu zentrieren. Geht auch anders. Geht ein bisschen einfacher. Warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Hatte ich zu wenig Anlauf? Wahrscheinlich, ne? Naja, wir verlieren ja sowieso keine Herzen. Das ist ja eine ganz nette Sache auf jeden Fall auch. Ich will auf jeden Fall das hier heute fertig kriegen. Das steht fest. So, das sollte ausreichen. Vielleicht ein bisschen nachjustieren. Ne, ne, wobei das passt. Das passt soweit. Das können wir so lassen. So, jetzt muss ich nur noch dieses skittrige Herzteil da finden. Äh, finden vor allem. Es ist ja so versteckt. So, meine Theorie war ja hier so lang. Das sieht für mich im Endeffekt auch nach der besten Theorie aus. Aber sonst gibt es ja nicht so viele Wege. So, das schaffen wir. Dicke. Das sieht doch herrlich aus. Nur um dann festzustellen. Äh. Das Feuer gar nicht richtig. Ne, aber da ist der Schluss. Ich bin so ein unfassbarer Dulli. Es tut mir so leid. Kann ich das? Das kann ich sogar schaffen. Ja, Mensch. Warum nicht gleich so? Freunde, das war natürlich jetzt richtig easy. Ich weiß gar nicht, warum hat das im letzten Part so oft gescheitert? Kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Weil so kacke bin ich in dem Spiel jetzt auch nicht, ne? Wie man jetzt ja auch gerade gesehen hat. So, und was wir jetzt machen, ist eine ganz einfache Kiste. Huch. Wir gehen... Ne, das ist zu einfach. Das ist zu... Aber wenn es tatsächlich... Es ist tatsächlich so einfach, ich glaub's nicht. Ja, okay. Wir haben's geschafft. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob man mir gerade anmerkt, dass ich ein wenig sprachlos bin, weil es war so easy. Na, mein Freund. Wobei, bist du mein Freund? Oh, du hast mich gefunden, ne? Ja, scheiße. Hey, ich brauche eine Maske. Ja, hier kriegst du meine geile Bum-Bum-Maske. Mehr. Wie Link auch immer wieder ein Stück zurück geht, ne? Ja. Hey, danke schön. Du bist nett. Ja, ich hab dir die hässlichste Maske aus dem ganzen Spiel gegeben. Ähm, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, ja, klar. Warum nicht? Was macht dich glücklich? Ich frage mich, was dich glücklich macht. Macht das andere auch glücklich? Na, das will ich doch hoffen. Was ich gerne mache, ist zum Beispiel, ich mache gerne meine Let's Plays. Und auch wenn das, ach, so klischeehaft klingt, liebes Menschen zum Lachen zu bringen. Jeder meiner Freunde kann ich das auch jederzeit bestätigen. Weil es ist einfach schön. Ich lache auch gerne selber. Warum auch nicht? Lachen ist ja gesund. Wissen wir ja alle. Und wie gesagt, macht es andere glücklich? Ja, das will ich, wie gesagt, schwer hoffen. Also, ich hoffe, ich mache mit meinen Let's Plays genau das, was ich will. Und zwar Leute glücklich. So. Ah, schönes Wetter findest du nicht auch? Masken. Du hast viele davon. Bist du... Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken, gib mir welche. Die Feenmaske. Oh, mehr. Dann kriegst du hier noch die Schweinsmaske. Mehr. Und, ja. Slippy Toad. Vom Star Fox Team. Oh, du bist ein netter Kerl, Mann. Ah, verstecken. Ich weiß den Weg zum Herzen, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Wobei, schwer war der eigentlich nicht. Ach, wir werden das schon irgendwie wuppen. Hoffe ich mal. Nein, also wie gesagt, ähm... Das, was mich glücklich macht, ist auf jeden Fall Leute zum Lachen bringen. Und ich denke mal, da ist es doch im Prinzip auch vorprogrammiert, dass es andere auch glücklich macht. Ich meine, klar. Nicht jeder teilt den Humor. Nein, das war falsch. Aber die Leute, die den Humor teilen, die wissen, die sind auch zu schätzen. Oh, war sogar richtig. Ja, ganz versteckt, ganz fies. Aber, ne? Und jetzt nur noch eben den richtigen Weg finden. Das war prinzipiell nicht so das Problem. Es ist, wenn du so willst, Trial and Error. Im Großen und Ganzen genauso aufgebaut wie hier. Um das Herzfeld zu bekommen. Nun müssen wir jetzt hier, hier rein. Bleiben auf dieser Spur. Bleiben auf dieser Spur. Und müssten... Nicht ankommen. Hm, okay. Dann war das schon mal falsch. Naja, gut. Das kann ja mal vorkommen. Dann mache ich es aber trotzdem nochmal so. Wobei, warte mal. Ich ziehe mal eine Linie komplett durch. Ne, wobei, das war falsch. Das weiß ich so schon. Das bringt nichts. Dann gehen wir hier rein. Ups. Um hier rein zu gehen. Jetzt gabelt sich das ja wieder hier. Dann können wir hier rein. Um hier zu bleiben. Und... Wir haben es immer noch nicht geschafft. Scheiße. Bin ja fast geneigt, der Schnelligkeit halber. Eben ganz kurz in den Guide zu gucken. Aber möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ach komm, wisst ihr was? Majora's Mask. Auf dem Mond. Sura. Spiel der Maskierten. Spiel der Maskierten. Sonnige Landschaft. Odolva haben wir schon. Goat haben wir schon. Georg. Giros. Schlagt den Kristallschalter neben euch. Sprechen die jetzt gerade. Sind die behindert? Und schlagt. Taucht als Sura und schlagt den... Und schlagt auf dem Kristallschalter. Dann schwimmt schnell vorwärts in den linken Tunnel. Seid ihr fix genug, schafft ihr es durch die Tür, bevor das Gitter euch aufhalten kann. Ist das vielleicht fürs 3D-Remake? Ja, ist es. Ja, das bringt mir herzlich wenig. So, da haben wir es. Äh. Fürs Herz. Genau. Zum verstärkten Kind kommst du links, links, rechts, rechts. Das haben wir ja sogar fast geschafft. Also zweimal links, zweimal rechts. Alles klärchen. Kriegen wir hin. Links. Links. Rechts. Wenn das jetzt nicht stimmt, ne? Rechts! Uff. Nö, war richtig. Alles klar. Cool. Schön. Ja, damit ist das Starfox-Team jetzt gleich komplett aufgelöst. Ach ne, nicht meine Hasenohren. Die will ich eigentlich zuletzt opfern. Warte mal, ich muss mich eben zurückverwandeln. Die möchte ich eigentlich zuletzt opfern. Die Fuchs-Maske und Romanis-Maske. Die kann er gerne haben. So. Oh, du hast mich gefunden, Mann. Hey, ich brauch mehr Masken. Hier, bitte. Nummer 1. Mehr. Nummer 2. Mehr. Und. Nein. 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 Warum hab ich die jetzt aufgesetzt? Hey, ich brauch mehr Masken, Mann. Hey, danke schön, Mann. Du bist cool. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, der Dritte im Bund. Das einzig Wahre. Was mag das wohl sein? Ich frage mich. Wenn du das einzig Richtige machst, macht es das wirklich alle zufrieden? Nein, selbstverständlich nicht. Man kann nicht das einzig Wahre machen. Das ist Schwachsinn. Das geht einfach nicht. Warum? Ist auch eine ganz einfache Kiste. Du kannst dich auf den Kopf stellen und kannst ein Glas Wasser trinken. Es wird immer einen geben, der dann sagt, warum hat der keine Cola getrunken? Als Beispiel. Oder du machst einen Handstand und der eine sagt, ja, warum macht er das nicht einarmig? Es ist einfach unmöglich, es allen recht zu machen. Das sollte man auch gar nicht versuchen. Man hat so einen gewissen Dunstkreis, sag ich mal. Dem sollte man eigentlich immer versuchen, es recht zu machen. Da sind unter anderem Eltern, Freunde, also Familie, Freunde, Lehrer, leider Gottes auch. Dem sollte man es auf jeden Fall recht machen, aber nicht versuchen, es allen recht zu machen. Das ist eine Sisyphos-Aufgabe oder im Prinzip ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man so will. Das wird man einfach nicht hinkriegen. So, dann wieder drei Masken weg. Diesmal sogar vier. Wir müssen gleich nochmal in das Startmenü. Mehr. Ja, ne? Hier, bitteschön. Nein, also wie gesagt, lasst es einfach bleiben. Versucht es gar nicht erst, es wird nicht klappen. Das ist vergebene... Lebensmüh, Mann, ich habe doch gar nicht weggedrückt, Mann. Mehr. So, und für diesen Raum brauchen wir die Krabbelminen. Also gut, Mann, ich verstecke mich. Mhm. Mach das, Mann. Aber hier geht es nämlich jetzt nochmal richtig rund. Mit einem kleinen Bossroom. Schaffen wir das in diesem Part noch? Naja, das ist ein Lappen, der kriegt nichts auf die Kette. Das schaffen wir easy. Generell waren die Gegner eh nicht so schwer. Ja. Na komm. Meine Güte, jetzt ist aber Schluss mit Kinkerlitzchen hier. Gut. So viel dazu. Boah, Alter. Ja, Mann, geil. Das Shepard ja übelst. So, wer will hier ein paar auf die Fresse... Ach, der Garo-Meister. Jawollo. Dann komm mal her hier. Gott, ich bin so scheiße. Oh, man kann ihn auch tatsächlich in seinem geilen Angriff besiegen. Mach ich... Versuche ich nochmal. Im Prinzip gar nicht mal so schwer. Wenn man weiß, wie. Und auch er packte wieder die Bombe nicht weg. So. Da kann man sich ja noch zur Not dran ziehen. Soweit kein Thema. Behaltet einen dieser Räume mal ein bisschen... Besonders hier solche Stellen oder... Sowas an der Wand. Behaltet sowas einfach mal eben im Hinterkopf. Warum, werdet ihr gleich noch sehen. Deswegen Krabbelminen. Das ist in diesem Raum, wie gesagt, noch nicht notwendig. Weil wir uns hier halt hochziehen können. Und zwar ganz geschmeidig so. Und dann dürfte es hier auch sogar unser Herzteil geben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hm. Pfeile. Okay. Nicht weiter schlimm. Gut. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Pfeile. Pfeile.